Der Wolf und die sieben jungen Geißlein von den Gebrüdern Grimm Dies ist recorded zur Celebrate the 7th Anniversary of Librovox, und Librovox Recording sei in the public domain. For more information or to volunteer, please visit Librovox.org Eine Geiß hatte sieben Junge, die sich erlieb hatte und sorgfältig vor dem Wolf hütete. Eines Tages, als sie ausgehen musste, Futter zu holen, rief sie alle zusammen und sagte, Liebe Kinder, ich muss ausgehen und Futter holen, wartet euch vor dem Wolf und lasst ihn nicht herein. Gebt auch acht, denn er verstellt sich oft, aber an seiner rauen Stimme und an seinen schwarzen Pfoten könnt ihr ihn erkennen. Hütet euch, wenn er erst einmal im Haus ist, frisst euch alle miteinander. Darauf ging sie fort, bald aber kam der Wolf vor die Haustür und rief, Liebe Kinder, macht mir auf, ich bin eure Mutter und habe euch schöne Sachen mitgebracht. Die sieben Geißlein aber sprachen, unsere Mutter bist du nicht, Die hat eine feine, liebliche Stimme, deine Stimme aber ist rau, du bist der Wolf, wir machen dir nicht auf. Der Wolf ging fort zu einem Krämer und kaufte sich ein Großstück Kreide, die aß und machte seine Stimme fein damit. Danach ging er wieder zu der sieben Geißlein-Haustüre und rief mit feiner Stimme, Liebe Kinder, lasst mich ein, ich bin eure Mutter, jedes von euch soll etwas haben. Er hatte aber seine Pfote in das Fenster gelegt, das sahen die sieben Geißlein und sprachen, Unsere Mutter bist du nicht, die hat keinen schwarzen Fuß wie du, du bist der Wolf, wir machen dir nicht auf. Der Wolf ging fort zu einem Bäcker und sprach, Bäcker, bestreiche meine Pfote mit frischem Teig, Und als das getan war, ging er zu Müller und sprach, Müller, sträume sein weißes Mehl auf meine Pfote, Der Müller sagte nein, wenn du es nicht tust, so freiss ich dich, da musst du es der Müller tun. Darauf ging der Wolf wieder vor der sieben Geißlein-Haustüre und sagte, Liebe Kinder, lasst mich ein, ich bin eure Mutter, jedes von euch soll etwas geschenkt kriegen. Die sieben Geißlein wollten erst die Pfote sehen, und wie sie sahen, dass sie schneeweiß war, Und den Wolf so fein sprechen hörten, glaubten sie, es wäre ihre Mutter, und machten die Türe auf, Und der Wolf kam herein. Wie sie ihn aber erkannten, versteckten sie sich geschwillen, so gut es ging, Das eine unter den Tisch, das zweite ins Bett, das dritte in den Ofen, das vierte in die Küche, Das fünfte in den Schrank, das sechste unter eine große Schüssel, das siebente in die Wandur. Aber der Wolf fand sie alle und verschluckte sie, außer das jüngste in der Wandur, Das blieb am Leben. Wie der Wolf seine Lust gebößt, ging er fort. Bald darauf kam die alte Geiß nach Haus. Was für ein Jammer, der Wolf war da gewesen und hatte ihre lieben Kinder gefressen. Sie glaubte, sie wären alle tot, da sprang das jüngste aus der Wandur und erzählte, Wie das Unglück gekommen war. Der Wolf aber, weil er sich voll gefressen, war auf eine grüne Wiese gegangen, Hatte sich in den Sonnenschein gelegt und war in einen tiefen Schlaf gefallen. Der alte Geiß dachte daran, ob sie ihre Kinder nicht noch erretten könnte, Sagte darum zu den jüngsten Geißlein. »Nimmt's wie ein Nadel und Schere und folgt mir nach.« Darauf ging sie hinaus und fand den Wolf schnachend auf der Wiese liegen. »Da liegt der garstige Wolf«, sagte sie, und betrachtete ihn von allen Seiten, Nachdem er zum vier Uhr Brot meine sechs Kinder hinuntergefressen hat. »Gib mir einmal die Schere her.« Ach, wenn sie noch lebendig in seinem Leibe wären. Damit schnitt sie ihm den Bauch auf, und die sechs Geißelchen, die ihn seiner Gier ganz verschluckt hatte, sprangen unversehrt heraus. Sie ließ sie gleich hingehen und große und schwere Wackensteine herbeitragen. Damit füllten sie dem Wolf den Leib, nähten ihn wieder zu, liefen fort und versteckten sich hinter einer Hecke. Als der Wolf ausgeschlafen hatte, so fühlte es so schwer im Leib und sprach. Es rumpelt und pumpelt mir im Leib herum. »Was ist das? Ich habe nur sechs Geißelchen gegessen.« Er dachte, er wollte einen frischen Trunk tun, das mögt ihm helfen, und suchte einen im Brunnen. Aber wie er sich darüber bückte, konnte er vor der Schwere der Steine sich nicht mehr halten und stürzte ins Wasser. Wie das die sieben Geißelchen sang, haben sie ihr zugelaufen und tanzen vor Freude um den Brunnen. Ende von Der Wolf und die sieben jungen Geißeln Von den Gebrüdern Grimm Rett bei Elli und Jun zu Sausendentwerf Höhe 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 Vielen Dank.